Ich bin der Sprechner, das ist ja... Halt dich jetzt so für mich rein, lass mich rein! Das ist der Schokin-Musik-Trend, jeder Whopper wird gebankt, man Du siehst mich auf Verschlosses in der Whopper... Das ist der Jogi-Hosen-Trend, meine Treffer hat mich sehr... Du volltackst! Okay, jetzt lauf! Jungs, hörst du dich auf das Lied? Das ist ja ein Basscap! Ah, Junge, gib mir Basscap! Nein! Scheiße, man, du siehst mich nicht! Ich hab mich selbst ein Polenverstand! Hier, hier, hier! Action, man! Voll schwer! Ja klar, das ist schwer! Nein! Jetzt, Schnauze! Es sind 6-Häten! Es ist 6-Häten! Hust du den roten, der geht zu meinem Video! Nein, 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 nein! Ach du! Hey, mach wieder! Hey, mach wieder! Schwarz-Weiss, ne? Mach doch Liegestütze. Lass die Scheinwerfer in die Ecke gehen. Ja, mach viel auf, wir haben uns jetzt zusammen. Hör rein. Danke schön. Was ist los? Nimmst du auf? Nimmst du auf? Sag ruhig. Arschloch, warum bist du nicht auf? Ich nehme auf. Ja, Video befehlt. Jogging-Hosen-Trend. Da ist DK. Zoom auf ihn. DK herkommen! Das Interview von ihr kommt auch bald online. Von DIT ASI. Musiker Saka, 12. Juni. Mach doch mal ein bisschen. Jetzt guck der ist, komm. Ich hab zwei mal. Wenn er ein bisschen produktiver denken würde, würde vielleicht auch was aus ihm werden. Aber ich glaube da nicht dran. Wie sind die zwei Kameramänner? Peace man. Geht so, ne? Das ist Schleifwerbung. Das ist hier Tollfatsch. Also Leute, ihr habt alle gesehen. Da haben wir unser Bodypainting. Das ist Schleifwerbung. 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 Dann fahren wir hier. Warte, warten wir noch nicht. Richtig. Russiaboy. Wabbe! Wabbe! Hau ab! Roman! Das ist Schleifwerbung. Das ist Schleifwerbung. Das ist Schleifwerbung. Nazi-Zeit. Kreuz. Nein. Schlimm. Shit. Wau! Frederick. Was fahren wir hier noch alles? Russia Boy. Spazier so reinfahren? Ja, wir haben ja nicht. Ich sag mal, was in die Kamera du fandst. Ich glaube, wir werden After-Show fahren mit dir. Wir haben die Video-Präden. Die Horden ist hungrig. Die Horden werden jetzt gefüttert werden, Alter. Der Liebste hätte ich jetzt in die Witzschule. Ja, das hätte ich jetzt nicht. Das wird sich regeln. Danke. Das wird das sein. Danke. Das war's eigentlich für die Kamera. Fuck. Ich bin auch zu schlafen. Denkst du auch. Denkst du auch. Denkst du auch.